Herzlich willkommen bei device.de. In unserem heutigen Video präsentieren wir eine breite Auswahl an DDR4-Rahmenspeicher mit unterschiedlichen Kapazitäten und Geschwindigkeiten, die für jeden Bedarf geeignet sind. Unser Sortiment umfasst preisgünstige DDR4-Rahmmodule mit verschiedenen Speicherkapazitäten sowie hochwertige Modelle mit hoher Geschwindigkeit und Leistung. Wir stellen dir verschiedene Marken und Modelle vor, die ideal für Gaming, Video- und Bildbearbeitung sowie andere anspruchsvolle Aufgaben geeignet sind. Wenn du neu auf unserem Kanal bist, vergiss nicht den Abonnieren-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Jetzt tauchen wir in die Welt des DDR4-Rahmenspeichers ein und zeigen dir die beliebtesten Optionen auf dem Markt. Wir fangen an mit dem Netag-Rahmen. Dieses Modell ist speziell für Desktop-Gaming entwickelt worden und basiert auf der beliebten DDR4-Technologie. Mit einer Geschwindigkeit von 3200 MHz CL16 ist dieser Arbeitsspeicher die häufigste Wahl, um die Betriebsgeschwindigkeit deines PCs zu verbessern und dein Spielerlebnis zu optimieren. Dank der hohen Geschwindigkeit werden Daten schneller geladen, was zu einer reibungsloseren Leistung und schnelleren Reaktionszeiten führt. Nach umfangreichen Tests hat sich gezeigt, dass der Speicher gut mit meisten Motherboards kompatibel ist. Du kannst also sicher sein, dass dieser Rahmen reibungslos mit deinem System arbeiten wird. Ein weiterer Vorteil des Rahmens ist seine Abdeckung aus Aluminiumlegierung. Diese sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, was zu einer niedrigen Betriebstemperatur führt. Durch die kühlere Betriebsumgebung bleibt der Rahmen stabiler und kann sein volles Potenzial entfalten. Der Corsair Vengeance LPX 32GB ist ein High-Performance-Desktop-Arbeitsspeicherkit. Die Kompatibilität des Modells wurde mit einer Vielzahl von Systemen getestet, um eine zuverlässige hohe Leistung zu gewährleisten. Mit der XMP 2.0-Unterstützung ist problemloses automatisches Übertakten möglich. Zusätzlich sind die Module in verschiedenen Farben erhältlich, sodass du sie an dein Individuals-Design anpassen kannst. Der Arbeitsspeicher bietet hohe Zuverlässigkeit und ist eine beliebte Wahl unter Gaming-Enthusiasten und professionellen Systementwicklern. Das Modell verfügt über einen Wärmeverteiler aus reinem Aluminium, der dazu dient, die Wärme effizienter abzuleiten. Dadurch bleibt der Speicher kühl, selbst bei intensiver Nutzung. Das maßgeschneiderte Hochleistung-PCB des Arbeitsspeichers sorgt für eine optimale Wärmeableitung und bietet ein hervorragendes Übertaktungspotenzial. Dadurch kannst du die Leistung des Arbeitsspeichers noch weiter steigern und dein System auf ein neues Level bringen. Das nächste Modell auf unserer Liste ist der Patriot Viper Steel. Dieser Arbeitsspeicher ist perfekt für Gamer und alle, die maximale Leistung erwarten. Mit einer Kapazität von 32 GB und einer CL18er TENS bietet das Modell die ideale Kombination aus Speicherplatz und Reaktionsgeschwindigkeit. Dies ist ideal, um anspruchsvolle Spiele und Anwendungen reibungslos auszuführen. Der Arbeitsspeicher verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper mit einem attraktiven Design. Er sorgt nicht nur für eine bessere Wärmeableitung, sondern verleiht dem Speichermodul auch ein entsprechendes Erscheinungsbild, das gut in jedes System passt. In Bezug auf Kompatibilität wurde der Viper Steel-Speicher auf den neuesten Intel Premium High-End-Plattformen und i7-Prozessoren getestet. Dies gewährleistet maximale Leistung und Stabilität in den anspruchsvollsten Computerumgebungen. Weiter geht es mit dem Kingston Fury Beast RGB. Er bietet nicht nur beeindruckende Leistungen, sondern auch anpassbare RGB-Beleuchtungen mit einem kühnen Style. Mit dem Kühlkörper und den individuell anpassbaren RGB-Effekten kannst du deiner Gefechtsstation ein stylishes Upgrade verleihen. Du kannst deinen eigenen Look erstellen, entweder mit der leistungsstarken Kingston Fury Software oder mit der Software deines Motherboard-Herstellers. Dank Kingstons patentierter Infrarot-Sync-Technologie bleiben die RGB-Effekte synchronisiert, was eine konsistente und faszinierende Beleuchtung ermöglicht. Das Modell ist mit Intel XMP kompatibel. Die Techniker von Kingston haben vordefinierte Intel Extreme Memory Profile entwickelt, um die Leistung der Speichermodule zu maximieren. Damit profitierst du von der vollen Leistungsfähigkeit deines Systems. Der Arbeitsspeicher bietet ein einfaches Plug-and-Play Upgrade. Es übertaktet sich automatisch auf die höchste Geschwindigkeit, die vom System BIOS erlaubt wird. Dies bedeutet, dass du ohne zusätzliche Konfiguration die maximale Leistung aus deinem Speicher rausholen kannst. Wir möchten dir heute ein weiteres Modell von Corsair vorstellen. Das Corsair Vengeance RGB Pro. Dieses Speicherkit ist für Spitzenleistungen auf Intel- und AMD-Mainboards optimiert. Die sorgfältig geprüften Speicherchips bieten ein hohes Übertaktungspotenzial, sodass du das Maximum aus deinem System herausholen kannst. Ein herausragendes Merkmal des Modells ist die Corsair IQ Software. Mit dieser Software kannst du die 10 individuell ansteuerbaren leuchtstarken RGB-LEDs pro Modul kontrollieren und mit anderen Corsair RGB-Produkten synchronisieren. Das ermöglicht eine beeindruckende RGB-Beleuchtung, die sich mit anderen Komponenten wie CPU-Kühlern, Tastaturen und Lüftern abstimmen lässt. Das Corsair Vengeance RGB Pro wird von Gigabyte RGB Fusion und MSI Mystic Light unterstützt, was die Kompatibilität mit verschiedenen Mainboards gewährleistet. Die speziell entwickelte Platine des Corsair Vengeance RGB Pro ermöglicht eine höchste Signalqualität für optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Mit der Unterstützung für XMP 2.0 kannst du im BIOS mit einer einzigen Einstellung die bestmöglichen Leistungseinstellungen vornehmen. Weiter geht es mit dem Gigastone Desktop-Rahm DDR4-Rahm. Dieses Speicher-Kit bietet eine Kapazität von 32 GB und ist speziell für den Einsatz in Desktop-PCs entwickelt. Das Modell verfügt über eine Geschwindigkeit von 2666 MHz. Dieser Speicher zeichnet sich durch hervorragende Qualität aus, da er Speicherchips von vertrauenswürdigen großen Marken verwendet. Jedes Modul wird zu 100% getestet, um eine zuverlässige und fehlerfreie Leistung zu gewährleisten. Bevor du aber deinen Kauf tätigst, ist es wichtig, die Kompatibilität mit deinem Computer-Motherboard-Modell, dem Rahmen-Modell, dem Rahmen-Steckplatz und der maximal kompatiblen Speicherkapazität zu überprüfen. Der Gigastone Desktop-Rahmen wird mit einer 5-jährigen eingeschränkten Garantie und sofortigem Online-Service unterstützt. Du kannst also sicher sein, dass du bei Fragen oder Problemen Unterstützung erhältst. Das letzte Modell für heute ist von G-Skill. Dieses Speicher-Kit bietet eine beeindruckende Leistung und verschiedene Funktionen. Die RipJaws V-Serie ist die neuste Erweiterung der beliebten RipJaws-Familie und bietet Dual-Channel DDR4-Speicher mit maximaler Kompatibilität und Spitzenleistung für die Intel Core-Prozessoren. Die Module sind mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und wurden unter strengen Bedingungen getestet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Sie sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine perfekte Wahl für den Bau eines neuen, leistungsstarken Systems oder für eine einfache Speichererweiterung. Ein weiterer Vorteil des Modells ist die Energieeffizienz. Mit einer niedrigen Spannung reduziert der Speicher den Energiebedarf im Vergleich zu DDR3-Speicherkits um 20%. Dadurch kann dein System schneller arbeiten, ohne eine übermäßige Wärmeentwicklung zu verursachen. Der Arbeitsspeicher bietet auch Unterstützung für XMP 2.0. Mit nur wenigen Einstellungen kannst du die maximale Leistung aus dem Modell herausholen und ein beeindruckendes Spielerlebnis genießen. So, das war unser Video über die besten DDR4-Rahmenspeicher für jeden Benutzer und jedes Budget. Wir hoffen, dass wir dir geholfen haben, den perfekten DDR4-Rahmenspeicher für deine Anforderungen zu finden. Falls du weitere Fragen hast, zögere nicht, sie in den Kommentaren zu stellen. In der Videobeschreibung findest du Links zu den besprochenen Modellen, um weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für dein Interesse und wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal Device.de abonnierst, um über zukünftige Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Unser Ziel ist es, dir informative und hilfreiche Inhalte anzubieten, um dein Wissen über technische Geräte zu erweitern. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal!